Es interessiert mich nicht, ob Sie sich wieder auf die Flugliste gekämpft haben. Sie haben weiterhin Flugverbot. Der Käpt'n wird Sie dafür fertig machen. Der Käpt'n wird mich meinen Job machen lassen. Und warum lassen Sie mich nicht meinen machen? Sie sind noch nicht so weit, Commander. Der Flugarzt hat es akzeptiert. Der Käpt'n findet es okay. Nur Sie denken, ich wäre nicht fit genug. Ich bin Commander Airgroup. Nur meine Entscheidung ist deshalb von Belang. Haben Sie mich verstanden? Ich bin für sowas zu alt. Und Sie ganz bestimmt zu jung. Sie wollen wirklich wieder fliegen? Mehr als alles andere. Ich mache mich als Pilot besser als als Bordoffizier. Aber die haben Ihnen so viel angetan. Ja. Ich will unbedingt verhindern, dass Sie das noch jemand antun. Ich habe mein halbes Leben gegen die Kilrathi gekämpft. Sie waren schonungslos. Todfeinde. Aber im Vergleich zu unseren jetzigen Feinden waren die Kilrathi wie Hauskatzen. Wir müssen sie einfach besiegen. Es ist mir egal, was die Kegs sagt. Ich bin mit von der Partie. Punkt aus. Also gut. Fangen wir an. Die feindliche Präsenz in diesem Gebiet ist stärker als erwartet. Die Flügeleifer wird den Schutz eines Flügels Bomber übernehmen. Eine zweite Angriffsgruppe wird die Überlebenden unseres Plasmaangriffs aufspüren und vernichten. Ihr Ziel ist die Zerstörung aller Jäger- und Sternenschiffe um die verschiedenen Navigationspunkte herum. Wenn beide Zielgruppen überlegen sind, können Sie zu Midway zurückkehren. Sie haben jetzt Ihre Einsatzziele. Tun Sie Ihr Bestes. Sie können wegtreten. Gebt den Bombern Deckung, damit Sie die feindlichen Schiffe vernichten können. Komm, wir probieren die neuen Raketen aus. Sie sollen nur kommen. Ich habe keine Angst. Jetzt greifen die uns an. Gehen Sie in die Offensive. In Ordnung. Wie Sie meinen. Kopf hoch, Leute. Hier kommt die Kavallerie. Bereiten Sie sich aufs Gefecht vor. Jetzt greifen die uns an. Jetzt haben wir sie. Sie werden nicht mal wissen, was sie erwischen. Jetzt haben wir sie. Mein Tod hat nichts zu beteiligen. Jetzt werden alle nicht überlegen. Bleibt ruhig, meine Freunde. Jetzt verschen Sie, wenn wir sie wieder fragen müssen, was sie bei mir machen. Ich steckt nur viel, weil wir sieachißen. Ich stecke auch auf dem Weg. Es muss ausgangen werden. Nein, also nehmen wir sie. Ja. Ich schieße! Ich bin ein bisschen in die Gap. Du bist ein wenig. Warte nur. Du Buhl. Das hattest du nicht erraten, Kakerlake. Autsch! Das ist vielleicht ein Feuersturm hier unten. Kleine Überraschung für euch, Ungeziefer. Da habt ihr was zu fressen, Ungeziefer. Nicht zu nah ran. Schweres Geschützfeuer. Jetzt greifen die uns an. Rangierter aus! Triss heißes Plasma! Raumwanze! Ich muss hier raus! Dieser Rekanke! Nein, nein, nein! Meine Zerstörung! Deren Verteidigung ist ziemlich stark! Du bist ein Mensch! Sie fassen mich auf! Ziel erfasst, Torpedo scharf und gefeuert! Ich werde auf den Stabler! Ich werde wohl die restliche Zeit draußen verbringen müssen! Die Brücke ist weg! Diese neuen Raketen machen so richtig Dampf! Die Bombebeinhaft 2 stecken den großen Schwierigkeiten, Gysi. Wenn sie ihre Ziele vernichtet haben, bieten sie mit ihrer Einheit in den Schiffen. Die Brücke wurde deaktiviert! Du bist für mich ein Kinderspiel! Nicht zu nah ran! Schweres Geschützfeuer! Verhalten Sie sich aufs Gefecht vor! Verhalten Sie sich aufs Gefecht vor! Verhalten Sie sich aufs Gefecht vor! Schuss zu mir! Du bist für mich ein Kinderspiel! Du bist für mich ein Kinderspiel! Bleibt wachsam! Ihr könnt euch nicht zerstören. Du bist sahen, Mensch. Ich bin besiegt. Ich bleibe an den Stuttgart. In dieser Stadt ist nicht genug Platz für uns beide. Der Antrieb ist erledigt. Der Sieg wird nicht anhalten. Überbietet das, Casey. Ich habe mich nicht aufgehört. Ich habe mein Ziel zerstört. Gehen Sie in die Offensive. Zieht und ladet die Waffenpiloten. Hi, Sir. In Ordnung. Ich wette, du stürmst vor mir. Ich wette, du stürmst vor mir. Ab in den Müll. Du kannst uns nicht entkommen. Wie wäre es mit Laserchirurgie? Mein Tod hat nichts zu begreiten. Ihr werdet nicht überleben. Ab ihn! Hier noch ein Punkt für die Abschussliste. Nimm das! Sakete gefeuert! Hier knüpft sich das Licht aus! Ziel erfasst! Trapedoscharf und gefeuert! Seien wir Will it! Rakete gefeuert! Da steht ganz schön viel Feuerkraft dahinter! Autsch! Das muss wehtun! Mein Tod hat nichts zu begreiten. Wir werden nicht überleben! Volker zerstört! Gute Arbeit! Nicht zu nah ran! Schweres Geschützfeuer! Verschwinde! Mach! Ich habe ein Torpedo abgeschossen! Ich habe ein Torpedo abgeschossen! Das wird sie ein wenig aufhalten! Dann solltest du mich verdächtigen! Haha! Einsatz ausgeführt! Dafür werden wir berühmt werden! In die Formation zurückkehren! Also denen haben wir es aber gezeigt! Sie können landen! Gut gemacht! Der Iceman wäre stolz auf Sie!